...und das hat er John Flanagan dem Rechtsverteidiger zu verdanken. Das heißt, Pepe Reina im FA Cup Halbfinale gesperrt und jetzt auch noch die Nummer 2. Direkt am Samstag vor den Augen, Brad Jones, die Nummer 3, musste zwischen die Pfosten. Er kam für John Flanagan, den Mann, Kandidatlich vom Platz. Also die große Möglichkeit für Jakubu und das macht er draus. Der beste Torschütze der Robles in dieser Saison, der erste Ballkontakt.